Erstmalig findet unsere Aktion Dammerberge tischt auf auf dem Kirchplatz in Damme statt. Und zwar am Samstag, den 16. und Sonntag, den 17. Juni. Völlig überdacht ist unsere Aktion, denn wir erwarten rund zwölf gastronomische Betriebe aus dem Erholungsgebiet Dammerberge, die verschiedene Köstlichkeiten auf diesem Kirchplatz in Damme anbieten werden. Weitere tolle Aktionen, die wir für unsere Bürgerinnen und Bürger und natürlich für unsere Gäste haben, sind die Veranstaltung oder ist die Veranstaltung Rupp ob Rad am 15. April, wo wir mit einer Sternfahrt aus den Kommunen im Landkreis Vechta nach Lohne starten werden und offiziell das neue Radwegeleitsystem mit dem Knotenpunktsystem eröffnen werden. Hinweisen möchte ich natürlich auch auf unsere Visiten tun, Tag der offenen Gartenporten am 10. Juni und 2. September. Juni und 2. Mai закрыt. Fernsehlinم www. delta.inIX.de www. Alt unle wyn配ion